Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Aufgabe. Ich bin Barbara, ich bin Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einer gegebenen Übertragungsfunktion ein Blockschaltbild konstruieren könnt. Gegeben ist also folgende Aufgabe. Wir haben die Übertragungsfunktion G von S. Gegeben durch zwei Terme, nämlich einmal G1 plus G2. Und dieser Term wird multipliziert mit dem Term G3 dividiert durch 1 minus G3 mal G4. So, wir gehen jetzt hierfür schrittweise vor und gucken, ob wir nicht irgendwelche Blöcke identifizieren können und dann schauen wir, wie diese Blöcke miteinander verknüpft sind. Hier dieser Block, da werden jetzt zwei Terme addiert. Das bedeutet, wir haben hier eine Parallelschaltung vorliegen. Bei Parallelschaltungen werden ja immer beide Blöcke aufsummiert. Dann, was haben wir noch? Hier bei diesem Block, da haben wir eine Gegenkopplung vorliegen, also eine Kreisschaltung. Warum ist das so? Ganz einfach deshalb, wir haben im Zähler einen Term G3 stehen und dieser Term findet sich auch hier im Nenner wieder, und zwar an dieser Stelle, hinter dem Minuszeichen. Dann haben wir hier ein G4, das G3 wird multipliziert mit G4 und bei der Gegenkopplung ist das ja immer so, dass bei diesem Term hier unten wird ja immer der Teilübertragungsblock, der im Hinzweig steht, multipliziert mit dem Teilübertragungsblock, der sich im Rückkopplungszweig befindet. Ja, dann haben wir hier eine 1, auch das spricht, das ist ganz stark für die Gegenkopplung. Und hier steht ein Mal. Mal heißt, also wenn man zwei Teilübertragungsblöcke mal verknüpft hat, dann liegen die in Reihe zueinander. Bei einer Reihenschaltung darf man die Teilübertragungsblöcke miteinander multiplizieren. So, jetzt haben wir doch schon jede Menge identifiziert und jetzt malen wir uns mal das dazugehörige Blockschaltbild auf. So, also hier oben ist jetzt also unsere Ausgangssituation, das ist gegeben, und wir hatten hier eine Parallelschaltung identifiziert. So sieht eine Parallelschaltung aus. Hier links kommt das Signal U von S rein. Dann haben wir hier eine Multiplikation, das heißt, wir haben eine Reihenschaltung. Also hier geht es dann danach so weiter. Und in Reihe dazu befindet sich dann hier diese Gegenkopplung. Hier der Term G3, das steht hier oben im Zähler, findet sich auch hier an der Stelle im Nenner wieder. und hier das G4, das steht hier unten. Das ist immer hier G3 mal G4. Und dann haben wir hier im Nenner 1 minus. Hier ist ein Minus, das bedeutet, wir haben hier im Rückkopplungszweig, hier bei der Einkoppelstelle, das ist eine Additionsstelle, also steht eigentlich ein Plus hier dran. Das schreibt man nur eine Einfachheit halber nicht mit dran. Ja, so sind wir jetzt auch fertig. So konnten wir jetzt anhand der Übertragungsfunktion so dieses Blockschaltbild konstruieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald vielleicht. Tschüss!